Oh man, naja gut, dann haben wir den jetzt auch geschafft, Wyatt und gehen jetzt zur Sheldhackenstelle. Happy Birthday to you, sie lebe hoch. So, Gott segne Amerika, Red Hey Sheldhack, du hast jetzt schon ziemlich gut bekommen, nicht wahr? Ja, Becca hatte eine gute Lehrerin, Steph. Danke, dass du das machst. Sie braucht etwas, um zu fokussieren, außer, du weißt, alles andere. Ja, um in einer Welt wie dieser, was du denkst, was das für ein Kind tut? Sie verändert sich bereits, ich versuche sie abzuschirmen, ich weiß nicht, sie verändert sich bereits. Sie verändert sich bereits. Sie schützt die Dinge, die sie so schnell überlebt hat. Ich glaube, du musst, wenn du so viel verloren hast, aber... ... ich schade mich immer noch. Becca ist eine gute Kindheit. Es sind die Zeit, und sie wird durch das. Aber wenn wir sie auszuhören, auszuhören, was ich gesehen habe... Danke, Stephanie. Danke. Becca, das war großartig. Danke, Sis. Du denkst, wir können so etwas wie das jede Woche durchgehen? Äh, das ist eine gute Idee, solange es uns nicht... Ah. Das klingt wie eine gute Idee. Vielleicht können wir alle auf das, wie ein Kindes-Talent-Show. Ja. Das war großartig, Becca. Wir könnten alle ein bisschen mehr Musik in unserer Leben nutzen. Hatte ich dir gesagt, dass ich in einer Band gespielt habe? Ja, Roman, du hast uns gesagt. Sie hat uns gesagt. Sie will nicht mehr darüber hören. Okay, okay. In diesem Fall, wir gehen zurück zu arbeiten. Welche Arbeit? Oh, und dank an Boyd´s hartes Arbeit auf dem Vegetable-Garten, haben wir heute frische Suppe. Oh, ja. Okay, wir gehen jetzt. Willst du mich in Shell und die Verkaufsinspektion helfen? Cool. Du schaust die Flaschläte diese Zeit. Ich schaue über die Schäden. Okay, was er vorsichtig ist. Das glaube ich weniger. Ich finde nicht, dass er an denen rum was. Okay. Aber be careful. Die Menschenrechte sind an denen. Wir können sie nicht schrauben, weil wir traurig sind. Ja, ich... Das hier auch mal. Ihr Dings bewusst. Alles klar. Sie nehmen jetzt die Waffen durch. Ich guck mal lieber nach. Alles gut bei euch? Was machen wir mit Schäden? Das ist besser, als wir dachten. Wir mussten sie noch nicht benutzen. Was wollte Roman noch? Ich weiß noch nicht. Willst du es herausfinden? Ja, in einem Moment. Der Diner sah dann ziemlich gut aus. Das war, weil sie Menschen bezahlen, um es zu schämen. Auch nicht so viele totes Besucher zu schämen. Huh. Noch eine kurz. Wir haben noch nie die andere Flaschläte gefunden? Nein. Noch in dem Kornfeld irgendwo, ich glaube. Kornfeld. Ihr braucht Hilfe? Nein, wir haben es geschafft. Okay. Du gehst nach vorne und holst Roman zurück. Diese Knöse sind ziemlich schrecklich. Keine Worte. Sie sind auf unserer Liste. Lalalalalala. Kommen wir auch hier durch? Ey. Hütte Wand. Da hinkommt. Es sieht witzig aus hier, ohne die Schilder. Well, Boyd wollte etwas, um seine eigenen Bilder zu schildern. Ich glaube, es wird hier eine persönliche Gallerie sein, wenn er fertig ist. Okay. Gut. Wir schauen uns mal, ob wir jetzt hier nochmal lang können. Hier rein. Ja. Das geht sogar. Müssen wir hier nicht auch rein. Schau mal, was hier noch ist. Eine Kasse. Ich glaube, wir müssen die Inspektionen, die wir machen. Oh ja. Dann können wir alle unsere Geld in keinem. Okay. Okay. Wir gehen hier mal durch. Was gibt's denn hier Feines? Vorratskammertür. Waschbecken. Ich bin glücklich, dass wir unsere Wasser in der Kasse haben, bevor es rauskommt. Was? Okay. Achso, das ist immer noch diese Tür. Eintopf. Suppe. Ein bisschen rühren. Nicht, dass die nachher irgendwie kacke wird. Soll er nicht anbrennen oder so, ne? Feuerlöscher an den... Sodamaschinen. Okay. Kann ich ja nicht wissen, Mensch. Kaffeemaschine. Können wir vielleicht noch einen Kaffee trinken? Oh Gott, was würde ich ihr nicht geben für einen Kaffee in der Morgen. Wir sollten eine Inspektion an diesen machen. Sicher, dass sie alle funktionieren. Ach, wen interessiert das, Alter? Wen interessiert das? Wenn es anfängt zu brennen, dann rennt ihr sowieso hoch. Das macht keinen Sinn, irgendwas zu beschützen. Okay. Im Regal mal ein bisschen umsehen. Ich habe nichts in hier. Danke Gott, wir haben einen Garten jetzt. Ja. Oh Gott, oh Gott. Aber wie lange, ne? Ich habe keine Räder für diese Dinge. Okay. Und was ist das hier? Flurtür. Oh, fucking Tummy. Oh, du hast mich schraubt. Ach, den haben... Oh. Wieso füttelt sie den? Ich fühle mich schlecht für ihn. Ja, gut. Wir haben zumindest einen Weg für ihn, um hilfreich zu sein. Du weißt, äh... Ihre Frau hat gesagt, dass sie das nicht interessiert. Roman, wir haben über das gesprochen. Bekka braucht nicht mit diesem typischen Dingen. Hör, ich weiß nicht. Ich weiß, dass du denkst, dass ihr ihr ein einfaches Leben ist das beste ist. Aber das ist wirklich nicht. Natürlich. Das ist kein gutes Leben, alles weiß nicht. Aber es kann mehr... Es ist besser als sie. Na, nehmen wir das. Ist das weit von einem einfachen Leben, Roman? Du weißt, was ich meine. Sie muss wissen, was wir tun müssen, um in diesem Leben zu leben, um zu leben zu leben. Ja, trotzdem. So lange, als sie weiß, wie sie sich selbst schützen, ist das okay. Ich will nicht, dass sie sich über Menschen verhören will. Okay. Was hat das zu essen? Ich weiß nicht. Ich werde es schauen. Ich muss zurück nach vorne. Ich freue mich auf diese Suppe. Ja, aber ich gucke auch mal nach jetzt hier, was sie da vorne ist. Was ist mit ihm hier mal mit ihm? Quatsch oder was? Walker. Achso, das sind Walker. Ja, genau. Okay. Ja, Mensch. Lass mich doch mal in Ruhe. Kann ich noch mal mit ihm sprechen? War das schon das jetzt sprechen? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe es kapiert. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich gehe an die vorbei. So, was frisst du denn da? Kleine. Oh Gott. Oh Gott. Was ist die da? Was ist das gewesen? Ach, ein Hund. Einen kleinen Hund. Oh. Einen kleinen Hund. Oh. Oh. Ist doch alles gut. Freut mich, dass es dir gefällt. So. Gibt es denn noch irgendwas? Nö, ne? Na gut, dann gehen wir wieder rein und gucken mal, was da drinnen noch so zu entdecken ist. Oh. Oh. Ja. Oh. Jesus. Oh. 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 Was ist dein Problem? Oh. 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 Ich glaube, du wirst dich nicht vergessen. Richtig? Aber dann, du weißt, da ist es. Du siehst und willst sie schützen und... und jetzt ist es weg. Das tut mir leid. Vielleicht, wenn Clive die nächste sterben, können wir ihn da rausziehen. Er würde auch einen besseren Schauspieler machen. Becca... Shell, Becca! Was ist da draußen los? Was ist da draußen? Bestimmt ist Roman draußen. Komm her! Jeder! Komm her! Wir müssen Roman finden! Jesus! Was ist los? Was hat er mitgenommen? Hat er jemanden verletzt? Wer ist er? Was hat er mitgenommen? Hat er jemanden verletzt? Wer ist er? Es ist normal. Ich konnte ihn nicht mehr wissen. Ich glaube, er spricht Englisch. Ich kann nicht glauben, dass er in den letzten paar Wochen kam. Das ist der zweite Freude, den wir hatten in den letzten paar Wochen. Das war die letzte Zeit, wir konnten ihn nicht finden. Und sie wurden mit mehr Medizin, als ob wir zu verlieren können. Wir wissen alle, was es ist, zu überleben zu lassen. Er kam hier nur für Essen. Wir geben ihm etwas. Wir senden ihn auf seinen Weg. Aber was, wenn es mehr gibt? Ach, nein, nu. Das ist richtig. Er könnte Teil einer größeren Runde sein. Wenn es mehr gab, ich glaube, wir hätten ihn von jetzt gesehen. Wir können nicht den Risiko, ihn zu lassen. Aber warum lassen wir ihn nicht bleiben? Ich denke, das wäre okay. Wir können immer mehr Hande nutzen, um den Platz sicherzustellen. Boy, wir brauchen keine mehr Menschen hier. Schau ihn an. Er kann gar nicht Englisch sprechen. Diese Gruppe funktioniert, weil wir wissen, wie wir kommunizieren. Ah, das kann er doch lernen. Was ist das? Vielleicht hast du recht, ja. Wir können einen Weg finden, um ihn zu helfen. Nun, er bleibt nicht hier. Du lässt einen Stranger, und alles beginnt zu zerbrechen. Und die letzte Mal, wir haben das gemacht, wir haben das Gehirn verloren. Und dann hat Vernon mit dem verdammten Boot. Vernon und das Boot sind die Grund, warum die Gruppe entfernt ist. Nicht in den Strangeren. Vernon war für den Stranger-Boot das ganze Zeit. Und auf der ersten Chance die Möglichkeit, wir haben ihn von seinem Gruppe an der Schlange. Das ist, wenn unser Gruppe entfernt ist. Er kann nicht hier bleiben. Ich glaube, ihn hier zu halten ist nicht eine Option. In seiner Kondition wäre es ein Drain auf unsere Ressourcen. Wir wissen alle, was wir hier sprechen, also wir stoppen um ihn zu drehen. Wir lassen diesen Mann und nehmen unsere Chancen oder wir töten ihn. Okay. Genau. Es muss sein, ein oder andere sein. Wir lassen ihn gehen. Das ist die einzige richtige Sache, das zu tun. Ich sage dir, wir können das nicht machen. Aber zu töten ihn? Ist das wirklich die Antwort? Stephanie, Boyd, ihr beide nicht denken, wir sollten ihn töten. Wir wissen, wo Joyce und Clive stehen auf dem Thema. Du bist der Schwungvot hier, Shell. Was wird es sein? Wollen wir ihn töten oder ihm nehmen lassen? Lass ihn frei. Wir müssen ihn frei setzen. Wir können... Er ist nicht sogar armiert. Wir können ihn nicht nur töten. Das ist nicht in Selbstversorgung. Ist es doch? Wenn es bedeutet, er kann nicht zurückkommen um uns zu töten? Das ist nicht die gleiche Sache. Aber das letzte Mal... Joyce, das war eine lange Zeit. Wenn wir diesen Mann töten, dann werden wir einen Teil von uns selbst geben, das ist einfach so. Wir müssen... ihn gehen lassen. Leute, los! Ich bin nicht bereit, das zu lassen. Wenn er wiederkommt, baller ich ihn ab. Also, lass ihn gehen. Los. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr macht. Wir geben ihm ein Essen, drei oder vier Kante. Nur für eine Geste von guter Hoffnung. und holt ihn aus. Ich weiß nicht, ob ihr eine Worte versteht, was ich sagen kann. Aber ihr müsst das besser verstehen. Sie kamen heute so nahe zu der Todes. Und wenn du nie, 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 komm nach diesem Ort wieder oder erzähl jemandem, wo wir sind, dann wünschst du, dass du heute sterben würdest. Siehst du, haben wir doch alles richtig gemacht. Na siehste, haben wir doch alles richtig gemacht. Alles klar. Dann haben wir dem Typen gerade das Leben gerettet. Tag 259. So wie es aber aussieht, ist alles in Ordnung. Hast du Viere? Hä? Nein. Aha. Hast du noch 7? Ich gebe eine 7. Ja. Oh Mann, hätten wir doch töten müssen. das ist nicht möglich, oder? Na, nach dem letzten Mal. Roman hat keine Chance genommen. Dann sollte ich das feststellen, hinter den Schraubladen. Bekka, sind Sie wieder raus? Oh Gott, weißt du, wie gefährlich das ist? Es ist nicht gefährlich. Es gibt nichts außerhalb außerhalb der Schraubladen. Was sagst du? Wir hatten bereits zwei Break-Innen. Niemand könnte da sein. Was ist, wenn jemand dich sieht und dich hier zurückfällt? Sie werden nicht. Verdammt, Bekka. Bekka? Michelle, ich brauche dich zu sprechen. Es ist ört. Was ist passiert? Hey, Bekka. Hey. Okay. Wenn du, äh, eine Minute bekommst, ich brauche dich raus und mit mir zu sprechen. Das ist wichtig. Okay. Ich werde außerhalb. Sie sehen mich. Okay. Hier können wir reden. Geh zum Bekka. Gib uns einen Moment. Wir können hier sprechen. Nein. Es ist einfach hier und komm mich finden. Und nicht zu lange. Okay. Okay. Vielleicht hat er von den Briten erfahren. Keine Ahnung. Hat er von den Briten erfahren. Vielleicht hat er von den Briten erfahren. Vielleicht hat er von den Briten erfahren. Scheiße. Du denkst so? Wenn er so gemacht hat, würde ich nichts sagen. Aber... Du hast besser weg von den Briten. Okay. Bleib hier. Es wird nur eine Minute. Ich fühle dich in, wenn ich zurückkomme. Alles klar. So, was ist los, mein Freund? Du bist doch nicht immer so bedrückt. Okay, wir schauen mal, was da so los ist. Hier an den Pflanzen. Warum ist niemand die Wasser? Wenn die keiner gießt, dann ist das doch scheiße. Oh ja, das hat er der typische Meiden. Er ist ja gestorben. Wir reden mal mit Joyce. Joyce, was ist los? Was geht ab bei dir? Yo. Nein. Was ist los mit dir? Joyce, du weißt, was ist passiert? Ich weiß nicht, ob ich nichts sagen würde. Bitte, was ist das? Was ist denn passiert? Sie haben Stefanie gesteilt. Und dann versuchen, zu erheben. Oh mein Gott. Was werden sie tun? Ach du Scheiße. Was können wir tun? Ich gehe mit Roman sprechen. Wir werden es herausfinden. Wieso haben die denn... Wieso wollte sie denn was stehlen? Die gehören auch alle zusammen. Was ist denn los hier? Ist das wirklich notwendig? Hey, komm Alter, mach deinen Maul auf. Roman? Gut, du bist hier. Ich hörte über Stefanie. Ich bin sorry. Was sollst du machen? Was sollst du machen? Du weißt, was wir machen. Was ist passiert? Wir haben sie versucht, zu erheben. Vielleicht sie nicht. Vielleicht sie nur wollte sie außerhalb dieser Wallen für ein paar Mal. Oh. Okay. Oh. Okay. Das spielt keine Rolle. Nein, du willst, dass ich das erledige. Du willst, dass ich das erledige. Du und Boyd waren diejenigen, die kämpften, um diesen Mann zu lassen. Sie haben uns alle überzeugt, um diese Chance zu nehmen. Was haben wir gemacht. Und es war falsch. Und jetzt ist Boyd tot. Wir sind außerhalb der Lüge der Chance zu nehmen. Und ich muss wissen, dass du 100% mit uns bist. Was ist jetzt mit ihr reden? Was ist jetzt mit ihr reden? Nein. Oh. Okay. Okay, er hat recht. Er hat recht. Wir geben ihr eine zweite Chance. Sie könnte nicht versuchen, sie so ruhig zu entfernen. Hast du deine Schlüssel? Es ist in der Kampfer. Ich gebe dir ein paar Minuten. Es ist nur, um deine Hände zusammenzubringen. Oh Gott. Was erzähle ich Becca? Oh, Mann. Es ist auf dich. Was auch immer du sagst, ich werde dich zurückbekommen. Alles klar. Alles klar. Shell? Was ist falsch? Bin ich in Ordnung? Stephanie wollte fliegen, du wirst es nicht gerne hören. Es ist nichts, worum du dir Sorgen machen musstest. Wir müssen ehrlich sein. Wir müssen ehrlich zu ihr sein. Es ist Stephanie. Sie hat ein paar Suppe und versucht zu entfernen. Oh mein Gott. Was für die Hölle hat sie das gemacht? Roman sagt, wir müssen... Sie töten sie? Ja. Warum würde sie das mit uns tun? Was für die Hölle hat sie nicht mehr sicher ist. Sie hat einfach Angst, sie hat einen Fehler gemacht. Es spielt keine Rolle. Sie hat getan, was sie getan hat. Es stimmt. Was ist dumm. Was für die Hölle hat sie nicht. Es ist wichtig. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Lass uns das mit übernehmen. Genau. Kommt über da. In der Schraube. Na los. Wir nehmen das und machen sie erstmal kalt. Schlüssel? Was ist denn mit Schlüssel? Wir nehmen die Pistole. Was sagen wir denn mit Schlüssel? Ich will nicht, dass wir das sind. Nein. Gut, nur zu. Nein, ich werde es tun. Ja, ich werde es tun. Du solltest nicht immer so etwas machen. Ich brauche nur einen Moment. Das wirklich klingt. Ja, es macht. Du weißt, wir müssen das nicht machen. Wir können einfach gehen. Was? Nein. Ja, das stimmt, aber es ist auch schlauer. Ja. Zeit. Also los. Nimm die Waffe. Wir nehmen die Waffe, Mann. Ich will nicht immer dich in Gefahr bringen. Wenn das bedeutet, dass das, was wir werden müssen, dann ist es, was es ist. Wir hauen nicht ab. Das wäre Schwachsinn. Wenn wir jetzt abhauen würden... Nee, nee. Wir bleiben so lange hier, bis wir fertig sind. Bis sie keine Vorräte mehr haben. Wenn die meinen, die müssen durchdrehen, dann haben wir ab. Das ist doch viel Lusche. Sorry. Okay. Ich auch. Na, los. Okay. Dann haben wir das mit Shell jetzt auch erstmal fertig. Und jetzt nennen wir Russell. Russell, Russell, Russell. Vielen Dank.